Die Bibel ist das wahre Wort Gottes. Da kann kein anderes Buch mithalten. Erfüllte Prophezeiung der Bibel. Erfüllte Prophezeiung der Bibel. Da wird dir Stück für Stück alles gezeigt. Das mit 1948, dass Gott sein Volk wieder ins gelobte Land holt. Das ist das Allerheftigste vom Heftigsten. Von allen Welten her haben sie sich wieder versammelt in Israel. In das gelobte Land. Der Bruder Olli hat das gesagt. Leben wir in der Endzeit heißt das Buch. Von Roger Levy ist das, ne Olli? Da wo er auf die ganzen erfüllten Prophezeiung eingeht. Das muss ich mir auch kaufen. Da hast du das direkt zu Hause. Kannst du das immer nachschlagen. 3248 erfüllte Prophezien. Und da sind noch Tausende, die kommen. Oder genau, Roger Levy erfüllte Prophezeiung. Ja genau, da könnt ihr das auch gucken. Als Videoform, aber auch als Buchform ist immer gut, ne? So kann man sein Bücherregal, kann man dann erweitern. Roger Levy? Genau, da hier steht es. Der Mustang hat das hier geschrieben. Mustang, Markus, war es Liebe. Also Roger Levy. Genau, da hat er geschrieben. Genau, Roger Levy erfüllte Prophezeiung. Auf YouTube ist das, ne? Genau, hier. Das guckt man ja mal kurz an. Nee, weil eben gerade, haben wir auch wissen, man hat nicht debattiert. So, sagen wir mal, es war ausgesprochen, auch im mausländischen Stream, da hat er gesagt, wie kann ein Gott, äh, was hat er gesagt? Achso, ja, Windeln tragen und geboren werden und alles drum und dran. Und da habe ich ja auch gesagt, irgendwie, ja, kann nicht Gott alles? Erzähl mir doch mal bitte, wie kann ein Gott Windeln tragen? Ja, allein die Frage ist ja schon behämmert. Damit wollen sie ja so zeigen, dein Gott hat Windeln getragen. Aber verstehen sie nicht, dass Gott sich selbst entäußert hat und Mensch wurde, wie ein menschliches Wesen auf diese Welt kam. Natürlich musste der von seiner Mutter großgezogen werden, der Herr Jesus. So, klar. Ja, und ich habe es dem gesagt, korrigiere mich, wenn ich da falsch lege. Ich habe gesagt, hätten wir zu, das Problem ist von euch, ihr geht immer auf den Alten Testament. Ja, Mose, das links und rechts. Ihr habt ein Problem mit dem Neuen Testament. Das ist, glaube ich, das Problem, was ihr habt, weil ihr denkt, dort ist alles verfälscht. Ja, so, und im Galater, 1,8 steht ja drin, wir, weiß ja jeder, was da drin steht, sagte, ja, das war ja Paulus. Aber wenn nicht jemand fragt, wenn nicht jemand fragt, warum hat denn Gott Windeln getragen, kannst du sagen, warum hat denn Gott zum Beispiel Schienbeinschoner angezogen? Kannst du uns das mal vielleicht erklären? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich auch immer gefragt, wie Gott zum Beispiel Schienbeinschoner anzieht. Dann kannst du uns das vielleicht mal erklären. Wie seht denn die Schienbeinschoner von Allah aus? Kriegt ihr auch diese Adidas Predator, diese Fußballschuhe, weil der hat ja nur einen Fuß, weißt du? Vielleicht hat er auch diese Fußballschuhe an. Oh Mann, ehrlich, ich habe gesagt, soll ich jetzt hier hoch oder nicht, weil ich was gesagt habe, das kommt jetzt nicht zum Kaputt machen. Also ich kann nicht mehr, ne? Ja, das ist das, ne? Also vielleicht tapet er auch seinen Fuß, ne? Vielleicht wie so ein Kickboxer, weiß man ja nicht. Oh Mann, ja. Genau, wenn jemand mit so einer, wenn jemand mit so einer Demonstragung kommt, kannst du genau auf dieses Niveau herabsinken und dann sagen, ja, okay, mein Gott wurde ja Mensch, kann sein, dass er Windeln getragen hat. Wie geht es denn damit um, dass Adidas ein Schienenbein hat und eventuell das Schienenbein schon angezogen hat? Ja, ja, aber dann habe ich ihn ja, ich habe ihn auch, Amir, ich habe ihn auch dann, das war Johannes 1, 2, 1 vorgelesen, bis 13, dann hat er erst mal gestoppt. Ja, so viel Zeit haben wir hier nicht, ja? Ich habe gesagt, ja, aber die Zeit, wenn wir uns auch mal nehmen, ja? Weil ihr glaubt, der Koran ist alles schön und gut, kein Problem, aber wir glauben an die Bibel. Und euer Problem ist, ja, das was mit dem Neuen Testament, ja, das ist das, wo die das Problem haben. So sieht es aus, die haben ein Riesenproblem, damit, dass Gott Mensch wurde, ne, und einen verherrlichten Körper angenommen hat. Ja, und die verstehen nicht, dass wir im Neuen Bund sind, das heißt, im Neuen Bund wurde ja schon im Alten Testament prophezeit, dass wir einen Neuen Bund bekommen. Und so sieht es aus. Ich glaube, das ist bei Jeremia 13, 13, ne? Genau, Jeremia 13, 13. Ja, das kann man sich sehr gut merken. Der Neuen Bund den Gott mit den Völkern schließt. Ja, nee, das war nur für Israel. Nein, das stimmt nicht. Ja, da kommen die auf einmal ins Stocken, ne? Ja, das ist, das ist davon, weil, wegen Kamelurin, also das, das verkalkt dann die Gehirnzellen, ne, wenn man so viel Kamelurin getrunken hat. Ja, das ist das Problem. Ja, dann ist ja klar, dass man in solchen Debatten reinkommt, wenn man von zwei verschiedenen Büchern, ne, von zwei verschiedenen Büchern, ne, von zwei verschiedenen Büchern, dann einer Duritz von diesem Buch. Ich schrieb vom anderen Buch und so, dass wir nicht schon gemeinsam Männer kommen. Ja, nur, wenn ich es jetzt bin, ich jetzt die Wahrheit. So, es ist die Wahrheit, zum Beispiel, und der hat ja auch gesagt, Jesus hat viele, viele Wunder gemacht. Ja, das hat doch Mose auch, da hat auch mehr gespalten, mit Gottes Willen. Ja, und da haben wir gesagt, wer waren das, war Jesus immer, aber Gott sei Dank. Jesus war von Anfang an dabei. Was für einen Sinn ergibt, dass das Gott mit jemandem seine schöpferischen Fähigkeiten denn teilt? Das ist ja Quatsch. Der Hauch von Allah ist also auch der Hauch von Jesus. Jesus hat also denselben Hauch, um Leben einzuführen, das ist der Wahnsinn. Da hat der Allah ja einen Partner neben sich, nämlich Jesus. Ja, das ist ja das Problem, was ich auch gesagt habe. Das hat er wieder, also, wenn er, Gott ist, hat er sich selber geboren. Wie hat er sich selber geboren? Ja, ich komme damit mit solchen dämlichen Fragen um die Ecke. Also, das ist dann, dieses Niveau sinkt dann richtig in Kamelurin, deswegen. Ich habe schon gesagt, das war wieder, wie ich, eine harte, 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 richtig hart. Das ist richtig, Wunder hatte Dudelt da, genau. Das war richtig, Wunder hatte Dudelt da. genau so ein stefan rahmsteugs die sind nur damit bedacht ihren dauer palmen ps zu bekommen das ist das ich zeige dir das mal kommen wir die die hintern dieser rudis pass mal auf und da habe ich noch gefragt was ist zwischen soliten und schäden der unterschied ich hatte ja der eine machen sogar ali zum gott ja wir gehen nur noch mit moment das ist einfach ein blödsinn was sie da brauchen keiner der schiebt macht ali zu gott sie machen nicht irgendjemanden zu gott nein sie beehren einfach nur die familie von von muhammad die können zu achten wenn sie sehen den sinnen ali den rechtmäßigen kalifen nach muhammad und die überlieferungen in den sunnitischen büchern lassen allen grund zur annahme dass die schiiten wirklich auf dem richtigen weg sind was ihre schriften betrifft also die man sieht das auch durch die sunnitischen schriften dass da irgendwas nicht stimmt und ali doch rechtmäßig der kalif sein müsste also gibt es einige ungereimtheiten in der sunnitischen quellen und schiiten können ja auch arabisch lesen und schreiben und alles deswegen sind sie auch mächtig genug dann auch in die sunnitischen quellen einzutauchen und denen das aus ihren eigenen schriften zu zeigen also dieser riesen konflikt dann ausgebrochen als die muslime dann anfingen dann sich gegenseitig zu bekriegen und zu bekämpfen die große kamelschlacht ist natürlich ein bezeichnendes ereignis dafür als eicher gegen ali gekämpft hat mit zwei parteien treffen aufeinander und schlachten sich dahin ist unglaublich ja aber für was gehen die muslime den dschihad machen was meinst du für hintern die 1,6 kilometer breit sind lasst mich euch zitieren es ist überliefert im hadith von imam ahmad und ashjahs al darir von sher bin husab von abu hurayda das der gesandte allah sprach dem mann werden 72 frauen von den hur el ein paradiesjumfrauen zuteil und der hinter einer jeder von diesen frauen ist 1,6 kilometer breit anbieter ja bei nihaya band 20 seite 338 bis 339 und muss hat acht mal hadith 10 549 das ist echt so guck mal hier die himmlische hur die hiphop party pass mal auf ali berichtete dass der gesandte allahs sprach wahrlich im paradies gibt es einen treffpunkt für sämtliche hur el ein an diesem ort stimmen sie ein lied an die geschöpfe allahs kennen keinen vergleichbaren klang wie den klang der stimmen der hur el ein dann sprach er muhammad sie singen wir sind die ewigen wir sollen nicht sterben wir sind die die in freude und bequemlichkeit leben wir haben keine bedürfnisse wir sind die geschmeicherten wir werden nicht wütend gesegnet ist der dem wir gehören und wir sind gesegnet durch ihn und da habe ich an die band vier buch zwölf hadith 2564 genau das wird dann eine himmlische hiphop huri party das kann sich nicht vorstellen wie krank das ist da habe ich ein eingesehen sorry auch im tiktok oder so er hat gesagt zum beispiel was frauen betrifft ja da habe ich auch das habe ich auch krass meiner frau jetzt also guck mal was ja los ist ja dann stelle ich da hat er gesagt so wenn jetzt zum beispiel nach dem islamischen gesetz das heißt wenn die trau zum beispiel nicht schlecht krankheit hat oder krank ist ja dann ist sie dann darf man die nicht zwingen aber ich stelle dir jetzt mal vor sagte die frau sitzt da guckt nur fernsehen und der mann sagt ab ins ehebett und die verweigert dies dann ist die verflucht genau die engel verfluchen sie dann bis zum morgengrauen weil sie den mann ohne es ins bett gehen ist also der muss dann mit straußeneier ins bett ich kann nicht schnell was war das Ich dachte im Moment, deine Kehle kommt raus, ey. Einfach mit Strauß und Eiern ins Bett gehen, ey. Alter. Und dann siehst du auf einmal die ganzen Engel sagen, du, du Mieße, wie kannst du deinem Mann so ins Bett gehen, das ist eine Tür auf dich. Aber das heftigste ist, da gibt es einen Hadith, der besagt, dass wenn sie sogar hoch auf einem Höcker sitzt und der Mann sie ruft, muss sie sofort erscheinen, damit der Mann sich da entladen kann. Wenn sie am Kochen ist oder hoch auf einem Höcker da irgendwas am Machen ist sofort, die muss antanzen. Runterspringen am besten. Komm her. Da, hallo. Da, hallo. Ja, ja. War ein bisschen. Alter Alter. Aber Amir, das ist schon krass, Mann. Was soll ich dir dazu sagen? Wer diese Religion überhaupt noch ernst nimmt im 21. Jahrhundert, im Jahre 2023. Eigentlich müssten wir viele, viele blaue Wagen mit Polsterungen schon mal anfertigen, damit wir die alle abholen, wer an das glaubt. Unglaublich. Ja, unbelievable. Unglaublich. 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 Echtliche manken-Slasherei! Okay, Amir, weißt du was? Ich reiße jetzt mit dem Gelacher. Ich kann dir, ich muss einfach mal schlafen gehen. Ich finde es hier, Gottes Segen. Ja. diese hand ist auch hier drin wer dieser hamburg ist der hat einen geilen namen für die hamburg ich möchte euch etwas noch mal vorlesen ist heftig ja 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 Lass mich dich nicht zitieren. Die Kähle wird rausgeschossen, der muss auf die Kähle kommen. Let me read for you something. Okay. Nächste Stunde hat wieder angefangen. Warte bitte. Der ganze Schleim hat sich gelöst. Ja man, das war echt eine Hilfe eben. Ich war so ein bisschen erkältet. Und wusstet ihr, dass Mohammed vor Adam erschaffen wurde? Bevor ich zum nächsten Thema gehe, warte mal ganz kurz. Im Buch von Tafsir Ibn Kathir Band 3 auf der Seite 470 lesen wir, dass Mohammed sagte, ich war der erste Prophet, der erschaffen wurde und der letzte von ihnen, der gesandt wurde. Das ist der Hammer. Sehr, sehr schön machst du das. Warte mal. Ich wollte aber etwas anderes zeigen. Und was die Stellung der Frau angeht. Guck mal, schon wieder der übelste Hass auf die Juden. Sei Al-Bukhari Band 4, Buch 55, Hadis 547, überliefert von Abu Hureyda. Der Gesandte sprach, wenn es keine Juden gäbe, würde Fleisch nie verderben. Und hätte es Eva nicht gegeben, würden Ehefrauen ihre Gatten nicht betrügen. Ich will dir aber noch was Heftiges, weil das andere zeigen wird, beziehungsweise einen anderen auch. Ah, hier ist das. Sei Al-Bukhari, Buch 54, Hadis 460, was wir gerade eben besprochen haben. Überliefert von Abu Hureyda. Allahs Prophet sprach, wenn der Ehemann seine Ehefrau für SEX zu sich ins Bett ruft und sie sich weigert und ihn in Wut schlafen ließ, werden die Engel Allahs sie bis zum Anbruch des Morgens verflogen. Ach, in Wut, das heißt halt so, da kommen wir wieder zum Strauß. Also wenn er so mit Strauß da... Ja, genau, da kommen wir wieder auf den Punkt. Guck mal hier. Du kannst dieses Verständnis von der Pflicht der Frauen über viele islamische Bücher verteilt finden. Darunter im Buch von Al-Qurtubi, Lejami Al-Akkam, Beirut 1993, Al-Quran, Surah 30, Vers 21, Band 13, auf der Seite 17, sagt Al-Qurtubi folgendes. Der Prophet sprach, bei dem in dessen Hand meine Seele liegt. Wenn ein Mann seine Ehefrau um SEX bittet und sie sich weigert, mit dem SEX zu haben, wird der, der im Himmel ist, hiermit ist Allah gemeint, ihr gegenüber so lange verbittert sein, bis ihr Ehemann mit ihr zufrieden ist. Guck mal, in was für eine Lage sie gebracht wird, die Muslime. Al-Qurtubi fügte dem hinzu, mit anderen Worten, wenn die Ehefrau sich nicht auf den Wunsch des Mannes hin zu ihm ins Bett gesellt hat, werden Allahs Engel sie bis zum nächsten Morgen verfluchen. Lass mal auf. Guck mal hier. Guck mal hier, was der Imam Al-Muttaki Al-Hindi sagt. Aus dem Buch, die Wertschätzung von Arbeitern in Gesetzgebung, Worten und Werken, von Imam Al-Muttaki Al-Hindi, Abschnitt 5 in Die Rechte der Ehefrau und des Ehemanns. Kapitel 1, die Rechte des Mannes über die Frau. Pass mal auf. Über was für Themen die sprechen, dass der Mann die Rechte über die Frau hat. In was für einem Maße auch. Guck mal hier. Der Prophet Muhammad sprach, Hadith 44.801, Der Ehemann hat das Recht über seine Ehefrau, wenn Schleim, Blut, Eiter und Schmutz aus seiner Nase kommen und die Frau dies mit ihrer Zunge ableckt, reicht es nicht aus, dem Mann hier sein bloßes Recht über sie zu geben. Solange es mir nicht gestattet ist, einem Menschen zu befehlen, vor einem anderen Menschen zu knien, will ich ihr, der Ehefrau, befehlen, bei den Tugenden Gottes vor ihrem Ehemann zu knien, wann immer er in ihrem Zuhause auf sie zugeht. Was willst du dazu noch sagen? Ja. Pass mal auf, wie heißt es weiter? Hadith 44.821, Wenn ein Mann eine Jungfrau anstelle von Nicht-Jungfrauen heiratet, so soll er sieben Tage am Stück mit ihr verbringen. Und wenn er eine Nicht-Jungfrau heiratet, so soll er drei Tage am Stück mit ihr verbringen. Hadith 44.824 Für die freie Frau zwei Tage, die der Mann mit ihr verbringen soll. Und für die Sklavin einen Tag. Guck mal, was für Rege. Pass mal auf. Wenn eine Frau einem Mann gefällt, er sexuell erregt ist, dann soll er gehen und es mit seiner Ehefrau machen. Denn beide Frauen haben die gleiche Ausstattung. Kommentar von Imam An-Nawi in Bezug auf den Hadith Nummer 0684 aus Sahih Muslim, Buch 003. Unsere Gefährten sagten, dass wenn die Eichspitze des PINIS den ANUS einer Frau oder den ANUS eines Mannes penetriert hat oder die Vulva oder den ANUS eines Tieres, es dann von Nöten ist, den PINIS zu waschen. Ganz gleich, ob das, was er penetriert wurde, lebendig oder tot, jung oder alt war. Was? Ey, Leute, 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 Leute. Wo steht das drin? Wo steht das drin? Das ist ein Kommentar von Imam An-Nawi. Das ist auch ein Riesenberg von einem Gelehrten im sunnitischen Islam. Und hier schreibt einer, wusstest du, dass der Netten von Mohamed Christ geworden ist vor dem Tod? Ja, genau, das stimmt. Hier, anonym kann das auch gerne mal in einem Video verfassen. Anonym 43. Bring das mal bitte raus. Das ist aus Sahih Muslim, Buch der Menstruation, Hadith 525. Das habe ich noch in meinem Kopf. Und der Kommentar ist vom Imam An-Nawi. Und ich zitiere, pass mal auf. Hier, ich zitiere. Aus dem Kapitel, die Abungation von Wasser ist für Wasser. Und die Pflicht zur Waschung, wenn sich die zwei beschnittenen Teile treffen, überliefert von Abu Hurayda. Der Apostel Allahs sprach, wenn sich ein Mann zwischen den weiblichen Vieren, Shubi al-Arba, befindet und Drück ausübt, so ist die Waschung Pflicht. Wenn sich ein Mann zwischen den weiblichen Vieren befindet. Seit wann hat denn ein Vieren? Ja, das ist das ja. Jetzt pass mal auf, wie die den Hadith erklären. Das ist ja das Kranke. Man fragt sich so, wie eine weibliche, mit vier, was, was, Vieren? Shubi al-Arba, befindet und Druck ausübt, so ist die Waschung Pflicht. Im Hadith von Matar heißt es, auch wenn es nicht zum Kommen kommt, Suhail hat es mit einer kleinen Abänderung der Wörter erzählt. Sahih Muslim 348a. Hadith-Kommentar von Imam An-Nawi, was ich euch gerade eben gesagt habe, zur Seite 33 im Buch der Menstruation. Der Prophet sprach, wenn sich ein Mann zwischen den weiblichen Vier, Shubi al-Arba, befindet und Druck ausübt, so ist die Waschung Pflicht. Der Begriff, jetzt erklärt er das, guck mal, der Begriff Shubi al-Arba wird in mehreren Überlieferungen verwendet. Die Gelehrten sind sich über die genaue Bedeutung von Shubi al-Arba uneinig. Einige von ihnen sagen, dass damit die Arme und Beine der Frau gemeint sind. Und andere sagen, der Begriff trifft auf die Beine und Hüften der Frau zu. Und wieder andere sagen, dass dieser Begriff als Beschreibung für die Beine der Frau und die Randstücke ihrer Vulva verwendet wird. Al-Qadi-Iyad zufolge werden die vier Bereiche gemeint, die sich um die Vulva herum befinden. Pass mal auf, jetzt geht es weiter. Das Wort Shubi bedeutet Bereiche. Seine singuläre Form ist Shubba, Ashbahia, ist der Plural des Wortes Shub. Das Wort Jahadaha bedeutet, ein Mann harte körperliche Anstrengungen tätigt. Beschreibt aber auch, dass ein Mann in der Frau herumbohrt oder in sie einbringt. Das sagt Al-Khattabi. Andere sagen, das Wort bedeutet ein Mann, der eine Frau bis zur eigenen Erschöpfung gepunktpunktet hat. Konform mit dem arabischen Sprichwort, sie hat ihn zum Schwitzen und Wehen gebracht, bis er erschöpft war. Al-Qadi-Iyad, möge Allah ihm gnädig sein, sagte, hauptsächlich das Wort Jahadaha aus, dass der Mann sich bei der Penetration körperlich anstrengt, während das arabische Wort Juhd übersetzt Energie bedeutet und sich auf den körperlichen Akt, den der Mann ausübt, bezieht. Wir verbinden dieses Wort auch mit dem, der sie bearbeitete, also einem Mann, der eine Frau durch seine Bewegung rückwärts, vorwärts, vaginal punktpunktet hat. Welche andere Erschöpfung könnte ein Mann denn sonst durch eine Frau erfahren? Allah weiß es am besten. Der Hadith bestätigt, dass es verpflichtend ist, sich zu waschen, wenn die PENES-Spitze die Vulva gepunktpunktet. Selbst wenn kein Ejakulat wird es notwendig, dass der Mann und die Frau nach der Penetration die Waschung vorliegen. Darüber gibt es in der heutigen Zeit keine Meinungsverschiedenheiten. Auch diesbezüglich unter all den Gefährten des Propheten und denen, die nach ihm kamen. Ungereimtheiten bestanden. Dennoch stimmen sie alle zu dem zu, was sie zuvor gezeigt und präsentiert haben. Jetzt pass auf. Unsere Gefährten sagen, dass wenn die PENES-Spitze des PENES den ANUS einer Frau oder den ANUS eines Mannes gepunktpunktet hat oder die Vulva oder den ANUS eines Tieres dann vonnöten ist, den PENES zu waschen. Ganz gleich, ob das, was penetriert wurde, lebendig oder tot, jung oder alt war. Leute, ey, guck mal, ey, wir reden aber ganz ehrlich, wir reden hier normalerweise von der Schrift, der heilig sein sollte. Was ist das, was das war? Warte, warte, das wird noch schlimmer. Warte, das wird noch schlimmer. Die Muslima darf sich den ab... Entschuldigung, dass ich das sagen muss. Sie darf sich von einem Esel, den PENES, abtrennen und sich den Vaginal... Ihr wisst schon was, ne? Das nennt sich Vekaran Maktouan. Guckt mal hier. Wenn Sie das... Sag es nochmal, wie nennt sich das? Vekaran Maktouan nennt sich das. Das wissen die Leute, die Ahnung haben. Vekaran Maktouan, okay. Ja, Vekaran Maktouan, du musst das richtig aussprechen. Ich hab keine Ahnung. Ja, nee, da musst du die anderen fragen, die Videos dann dazu erstellen, ne? TikTok sportlich. Dies gilt auch, wenn die Frau sich das männliche PENES einführt, während der Mann schläft. Egal, ob der PENES reagiert oder ist oder nicht. Und auch spielt es keine Rolle, ob der PENES beschnitten oder unbeschnitten ist. Es ist unter allen Umständen erforderlich, dass sowohl die Person, die eingedrungen ist, als auch die Person, die eingedrungen wurde, die Waschung vollzieht. Über was für Themen die sprechen, ne? Unglaublich. Ja, das sind Themen, womit die sich beschäftigen. Guck dir das mal bitte an. Typisch auch Experte in Bonga-Bonga mit Tieren. Die eingedrungen hat die Person. Die Eingedrungen hat die Person. Waschung vollzieht. Es sei denn, die eingedrungen ist ein... Guck mal hier. Es sei denn, die eindringende Person ist ein junger Knabe. Und die Person, in die eingedrungen wird, ist ein junges Mädchen. In einem solchen Fall kann nicht gesagt werden, dass die Person sich waschen muss. Denn sie hat das Alter der Reife noch nicht erreicht. Stattdessen wird gesagt, dass diese Person sich in einem Zustand der Unreinheit befindet. Wenn diese Person weiß, was sexuelle Handlungen sind, dann dürfen ihre Erzieher ihr Befehlen, sich zu waschen. Genauso wie sie der Person befehlen dürfen, die Gebetswaschung zu tätigen. Denn wer ohne eine Waschung betet, dessen Gebet ist nicht angemessen ausgeführt worden. Wenn die Person sich bis nach dem Erreichen der Pubertät noch nicht gewaschen hat, so muss sie sich spätestens dann waschen. Weiter, weiter, weiter. Ich möchte euch das mal gerne zeigen. Pass mal auf. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Das mit der Muslima und dem abgeschnittenen P.I.N.E.S. eines Esels. Warte. Okay. Das ist so abgefahren, Leute. Nee, das ist kein Spaß mehr an mir. Das ist kein Spaß mehr. Nee, ich mach keinen Spaß. Das ist kein Spaß mehr. Nein, nein. Alles, was ich sage, wird auch belegt. Also es kommt nichts von mir. Pass mal auf. Der eine Stattdienst, Dr. Sommer Team. Ja, genau. Hier ist der Kommentar von Imam An-Nawawi. Guck mal hier. Das ist der Kommentar von Imam An-Nawawi. Sahih Muslim, Buch der Menstruation, Hadith 525. Merkt euch das, ihr Lieben. Sahih Muslim, Buch der Menstruation, Hadith 525. Und dazu müsst ihr den Kommentar von Imam An-Nawawi durchlesen. Der hat uns folgendes gesagt. Guck mal, hier ist der ganze arabische Text. Seht ihr das? Ja? Und dann gucken wir weiter. Und dann heißt es. Kommentar von Imam An-Nawawi zum Hadith. Er beschreibt das auch mit diesem Schubbiyya al-Arba. Und Geschlechtsverkehr mit ihr hat. Er müdet sie. Und, und, und. Ich möchte zur gesagten Stelle kommen. Pass auf. Hier. Achtung, Leute. Ich möchte, dass ihr das, ja, aber nicht, wenn ich das so zeige und ihr das dann liest, dass es gesperrt wird. Ich weiß nicht. Sollen wir es einfach riskieren? Oder soll ich das einfach vorlesen? Nur vorlesen, bevor wir wegig kein Risiko eingehen. Du weißt, so wie die hier sind. Ja, okay. Ich lese das vor. Ganz unten, wenn der Text aufhört, steht dann, wenn eine Frau den PINIS eines Tieres in ihre Vulve einführt, TikTok-sportlich, muss sie sich waschen. Auch wenn sie einen abgetrennten PINIS, siehst du, was ich dir gesagt habe? Zhaqaran Maktouan, siehst du? So wie ich das gesagt habe, steht es auch hier. Zhaqaran Maktouan. Wörtlich ein abgetrenntes männliches PINIS einführt. Gibt es zwei Meinungen? Das Richtige ist, sie muss sich waschen. So ein Dreck. Dreckhaufen. 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 Wo gehst du? Gehst du mehr kaputt machen? Oder wo gehst du? Nein, ich muss kotzen. Ich muss kotzen. Ich muss kotzen, sagt er. Abgeschnittene Tierfee hier. Der geht kurz kotzen, hat er gesagt. Jetzt kannst du keinem erzählen, was für Ausmassen. Was für Ausmassen. Ich geh kurz kotzen, warte, ich gucke gleich. Anonym, du musst ein Video dazu machen. Anonym, du hast wieder viel Arbeit vor dir. Hier, damit die Leute mir nicht sagen, dass ich Quatsch erzählen würde, pass auf. Seht ihr das? Ja. Siehst du? Daqara Maktouan, das ist das. Sahi Muslim, Buch der Menstruation, Hadis 525, Kommentar von Imaman Nawawi. Das war's. Habt ihr das gesehen, was das für eine Religion ist? 99% der Muslime wissen das gar nicht. Ich hab schon ein Video darüber, okay. Jetzt ist klar, warum sich viele Muslime sich nicht von dem Islam abwenden. Sie wollen genau das. Ja, ich weiß nicht. Deswegen sagen wir immer, ein Mensch, der sich im 21. Jahrhundert für den Islam entscheidet, der ist wirklich, ja, hardcore getäuscht worden, ne? Hardcore getäuscht worden. Heftig. Mein Stream ist immer noch nicht markiert worden, ne? Das ist sehr gut. So, je mehr ihr jetzt drauf tippt, desto weiter kommen wir in höhere Ränge. Das ist gut so. Ich werde morgen posten. Ja, poste mal. Echt. Was soll ich da posten? Ja, das Video dazu. Die Leute nicht sagen, dass es ein Quatsch wäre. Ist das heftig? Heftig? Das ist nicht nur heftig. Das ist schon, wenn man sich damit nicht befassen tut, ja. Aber wenn man, dann weiß man ja gar nichts. Aber wenn man das liest, dann denkt man, oh, oh. Ihre Leitung auf Tausender kommt Galada 1.8 immer mehr zum Pauschein. Und dann hast du auf der anderen Seite den Reinen, den Heiligen, den Herrn Jesus Christus, dem nicht mal jemand eine Sünde nachweisen kann. Dass man ihn verwirft und sich für irgendwas anderes entscheidet. Und gar noch für den Islam. Das ist für mich unvorstellbar, ne? Ne, das, was ich nicht verstehe, ist, dass es der beste Mensch sein gewesen sollte, ne? Da habe ich einen gefragt. Hier, hör mal zu. Wer hat denn als einziger keine Sünde? Sagt einer, ja, das kann nur einer und das ist Gott. Ja. Hatte Jesus eine Sünde gehabt? Nein, jetzt haben wir ein Problem. Das sieht so aus. Denn nur Gott ist ohne Sünde. Kein Mensch. Also der Herr Jesus Christus, ne? Muss somit Gott sein. Denn nur Gott ist ohne Sünde. Bitte, guck dir das mal bitte an. Die Überschrift, Leute. Ich wollte sie nicht, Punkt, Punkt. Und ich schwöre es. Aber Allah verlangte es von mir. Allah möchte, dass du sündigst. Pass mal auf. Was der Mohammed immer wieder gesagt hat. Geh, mach mal. Ich zitiere. Als Mohammeds Ehefrauen ihn in Flagranti dabei erwischten, wie er mit einer ihrer Sklavinnen in einem ihrer vielen Ehebette schlief, entbrannte ein heftiger Streit zwischen ihm und seinen zwölf Gemahlinnen. Der hatte zwölf Frauen da, der Mohammed. So war er gezwungen, einen Eid zu leisten und ihnen zu versprechen, das nie wieder zu tun. Also nie wieder SEX mit einer seiner Sklavinnen zu haben. Aber dieser Mann konnte einfach nicht die Finger von diesen schönen Sklavinnen lassen. Also fabrizierte er einen Vers und behauptete, dass dieser Vers von Allah käme. Er sagte, dass sein Gott ihn mit diesem Vers folgende fragen würde. O Prophet, warum verbietest du dir, was Allah für dich gewollt hat? Anders ausgedrückt, damit es auch alle verstehen. Warum verbietest du dir den SEX mit Frauen, die ich dir erlaubt habe? In diesem Fall waren das attraktive Sklavinnen. Pass mal auf. Das ist jetzt der Tafsil zur Sura 66, Vers 1. Leute, Sura 66, Vers 1. O Prophet, warum verbietest du dir, was Allah für dich gewollt hat? Dies bezieht sich auf seine Magd Maria, die Koptin, mit der er im Haus von Hafsa, während diese zu jenem Zeitpunkt abwesend war, das Bett teilte. Und als Hafsa zurückkehrte, fand sie die beiden vor und war erbost darüber, dass die beiden den Akt in ihrem eigenen Haus und in ihrem eigenen Ehebett vollzogen. So legte er Mohammed einen Eid ab. Sie ist mir verboten. So kam von Allah, verbietest du es dir, um deinen Ehefrauen zu gefeilen? Allah ist vergebend und gnädig. Allah verzeihte ihm also dieses falsche Verbot, dass er Mohammed sich selbst aufgezwungen hatte. Hälf dich. Der kam also in Bedrohung, du weißt ja, dass Auge um Auge, Zahn um Zahn und Zahn und das Gesetz auch heißt, wenn du beim Ehebruch erwischt wirst, dass du gesteinigt wirst. Eigentlich müsste der Mohammed gesteinigt werden in dem Moment. Aber dann kam ja natürlich sein Allah ihm entgegen, hat gesagt, Mohammed, was verbietest du dir das, was ich dir eigentlich geboten habe? Geh, mach mal. Was hast du Angst vor deinen Frauen? Geh, mach mal jetzt. Los. Geh und nimm die alle da auseinander. Siehst du, was das für eine Religion ist? Oh Mann, ey. Amir, ich wünsche dir einen Gottes Segen, mein Freund. Ich wünsche dir auch, lieber Gott. Es ist ein und zehn. Danke dir auch und mach weiter so. Ich hoffe, wir sind wieder. Okay, mach weiter. Ich geh jetzt mit. Ciao. Ciao. Ich habe Hunger bekommen. Was ist mit euch? Ich habe irgendwie Hunger bekommen auf, hier, Dings. Sucuk. Auch, ja genau. Siehst du? Fallen auf. Sucuk. Ah, ja. Absolut gefangen. Absolut gefangen. Ja, absolut gefangen. Ja, absolut gefangen. Absolut krank, absolut krank. Ach, bitte. Danke, Ex-Muslima. Und wie kannst du mir den Heiligen Geist erklären? Was soll ich denn da erklären, mein Lieber? Der Heilige Geist ist Gott selber. Der Heilige Geist empfängst du, um den Herrn Jesus Christus zu verherrlichen. Im Geiste betest du den Herrn Jesus Christus an. Ich will schlafen. Der arme Hansi, der arme Hansi, der arme Hansi, der arme Hansi. Leute, ich glaube, wir beenden langsam den Stream, oder? Lassen wir, machen wir für heute Schluss, ja? Wir haben schon über 1 Uhr morgens. Apostelgeschichte 16, 31. Apostelgeschichte 16, 31. Ab Vers 30. Und er führte sie heraus und sprach ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Amen. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mal vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Wundervoll. Ich hoffe auch, dass viele, viele unserer Familienmitglieder noch zum Herrn finden, meine Lieben. Dass wir immer wieder für sie beten und den Herrn bitten, dass er da Gnade hat mit ihnen. Gute Nacht, Headstreet Family. Ja, möge der Herr Jesus Christus uns weiterhin Kraft schenken, Kraft geben. Diesen Irrsinn, was hier zurzeit abgeht, wirklich auszuhalten und den Glauben niemals zu verlieren. Amen. Leute, ich beende den Stream jetzt, ihr wundervollen Headstreet, ihr Headsees. Danke, dass ihr dabei wart und das Ganze geteilt habt, geliked habt. Vielen, vielen Dank. Danke für die ganzen Geschenke, ihr wundervollen. Möge der Jesus Christus euch segnen, wüten und beschützen, sein Angesicht über euch leuchten lassen und euch das geben, was ihr braucht. Alle eure Probleme, die ihr in eurem Leben habt, dass der Herr sie löst. Ihr Lieben, haltet stets am Herrn Jesus Christus fest und ihr habt Gemeinschaft mit ihm. Der Herr Jesus Christus liebt euch und möchte immer mit euch Gemeinschaft haben. Und so sollt ihr auch sein. Immer Gemeinschaft suchen mit dem Herrn. Was bismillahiro Hayr? Nein! Bismillahirrahmanirrahim! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim! Bismillahirrahmanirrahmanirrahim! Okay, dann beende ich den Stream jetzt und sage, so Gott will, sehen wir uns dann morgen. Dankeschön, Cousinus. Gute Nacht. Gott segne dich, Bruder, Gott segne uns alle, ihr lieben Geschwister. Ich liebe euch von Herzen. Möge der Jesus Christus seine Liebe in unserem Herzen ausgießen, dass wir wahrhaftig immer in der Liebe bleiben und das Böse mit Gutem überwinden. Amen. Illuminati Aufklärung auf meinem Account. Okay, ihr Lieben. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ich konnte euch noch ein wenig den Abend versüßen. Für Dr. Scherabba, mir gibt es immer irgendwas zu lachen. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Vergiss nicht, verliert niemals euer Lächeln. Macht's gut.